Nur ein Punkt letzten Endes für die Villacher Adler heute Abend, Greg Holst, wen haben sie denn nominiert zu diesem sechsten Benalti Busqueren? Wer ist der top scorer in der fucking League? Busqueren! He had Lanzi, Lanzi hat ein 60 fucking Mann! Und er wollte mir die Liste nicht zeigen. Das ist kein Zeig. Erstens 4-2 vorne, 5 gegen 3 gespielt für 500. Das ist eine Schande für Österreicher Eishockey. Sie haben den Zettel dem Schiedsrichter gezeigt, was hat der Schiedsrichter gesagt? Nix, keine Ahnung. Er hat es geschafft. 54. Der sechste war 24. Heute ist das erste Mal ein sechste Brockenfeld. Es ist eine Schande für fucking Österreicher Eishockey. Eine Schande! Also aus Ihrer Sicht ein Skandal, eine Skandalentscheidung? Es ist ein fucking Coldplay-Skandal. Er ist ein fucking 5 gegen 3 für 500. Und das ist fucking nicht normal. Wird man da Proteste einlegen von vieler Seite? Fucking absolut! Und erstens, es ist fucking Klangford. Ich bin froh, dass KC heute verloren haben, weil sie haben nur fucking gejammert Obel, dass wir ab sich geflohen haben. Okay? Du siehst den Niveau, was der Klang wieder haben. Danke! Okay, danke, Greg Horst. Ich glaube, da übrigt sich jegliche Übersetzung. Als er das letzte Mal so aufgebracht war, das war auch hier in dieser Halle. Da hat ihn allerdings Jim Boney...